Du hast Hunger, ich geb dir Hunger. Kommt jetzt mal alle hierher. Ich wünschte, dass ihr euch bei mir bedankt. Nein. Nein. Okay. Macht ja nicht wunderschöne Folgenansagen. Hallöchen, Buböchen. Ja, hallo, liebe Zuschauer, willkommen zur vierten Runde mit uns. Und es geht weiter. Es geht drastisch weiter, wie im je. Wir bauen weiterhin hier oben, oder ich baue weiterhin hier oben das Lager aus. Die anderen haben sich irgendwo unten in der Miete verzogen. Ich baue ein Scheißdreck. Ich baue ein Haus. Ich baue ein Haus. Und sammle Pilze ein. Meine Mädchen. Ich baue gerade das mit Öfen und so. Und so. Und so. Oh Gott. Und so war die Geschichte. Oh, ganz dick. Oh, das ist schon ganz gut. Ich baue mehr. Ich baue nicht tausendmal laufen. Ich baue noch sagen, für Folge 4 sind wir doch schon gut dabei. Ich denke, es sieht gut aus. Also ich würde mich mal in die Mopfer machen, ne? Ja, ich baue gleich online. Ich baue ganz viel Holz und ein bisschen Stein und dann baue ich die zusammen. Achso, cool. Da kann ich... Ich helfe dir dann. Okay. Ich hole erstmal Material. Oh, dunkel. Aber was ich jetzt geil finde... Du kannst ja Stein holen. Das wäre gut. Was ich geil finde... Ich weiß nicht, ob es am... Ich glaube, es liegt am Shader-Mod. Das, wenn man jetzt eine Fackel in der Hand hält... Das leuchtet, ja. Das leuchtet im Shader. Das ist schon eine geile Scheiße, ist das. Und hier ist es verdammt dunkel. Ich könnte es mal ausprobieren ohne Shader, ob das auch geht. Aber dann müsste ich Minecraft in echt sehen und das ist eklig. Ekelig, oh. Ich möchte ja nicht mitten eine Aufnahme kotzen, das wäre... Das wäre nicht so schön. Das wäre doch mega awesome. Hat man das denn schon mal gehabt, ne? Eher selten, ne? Haben wir es schon mal gesagt? In dieser Folge glaube ich nicht. Das wäre echt awesome shit. Und awesome shit... Is awesome! Ich glaube, das sollte unser Ansagespruch sein. Awesome shit is awesome! Willkommen zurück! Okay, wer von euch erstellt den Jingle? Jingle lingle? Jiggle lingle. Du bist ruhig ja... Awesome awesome awesome. Awesome awesome. Das Awesomemon ist das dann wieder wie... Awesome awesome. Awesome awesome. Awesome mon digitiert zu... Mega awesome. Mega awesome! Awesome awesome man. Jetzt habe ich mich schon wieder verlaufen. Man, das ist einfach zu viel. Bäume hier. Es sind zu viele Bäume, es sieht ja alles so gleich aus. Man sieht den bald verlaut der Bäume nicht mehr. Juhu. Ach, Juhu. Oh, da bin ich. Huch! Na, jetzt habe ich zweieinhalb Stacks. Warum hast du hier drüben jetzt auch noch Öfen? Überall Öfen. Öfen werden schon mal gebraut als die Rüstungen. Und einer von euch eine Schmiede. Ich finde da gerade war, es war aus einer Hauszuschmiedung. Oh, Gott. Was ist denn da so? Böse Schlucht. Böse Schlucht. Aber was tut es noch? Man, ja. Da ist... Da ist der Stolz, da ist noch bald. Ja, der ist bald. Der ist schlecht. Also wo ist der Lager? Wo ist die Lage? Da ist... Oder da? Ganz weit weg. So, ich glaube, dann baue ich das jetzt ab. Mal ein bisschen mit Schmiede. Schmiede. Ich glaube, ich baue auch die Monster-Farm ein Haus. Ja, das ist meine Idee. Wo, 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 wo wir das bauen? Wir haben noch den Dings unten. Den Sporner. Ah, und... Ja, eine Monster-Farm mehr oder weniger kann nicht schaden. Ja, gut, ich baue ich die unten. Ja, hat schon jemand einen Eimer gehabt? Ja, in meiner Truhe in meinem Haus hat jemand Kohle? Der ist bestimmt vollgeschissen. Lass ihn lieber stehen. Ah, ne, wir haben ja oben. Ah, ne. Ja, es ist mein Nachteimer, Entschuldigung. Eine Truhe? Ich bin halt auch schon alt, ja. Bück. Bück dich. Du Stück. Scheiße. Hey, diskriminiert hier nicht die Scheiße. Alte Kotstulle. Die arme Scheiße ist das Opfer. Denn es ist sie, die wir verschreien. Wenn wir ihrem guten Namen allem Schlechten hier verleihen. Ah, okay. Er verschmeißt mir die ganze Zeit zu. Ach so. Ja, Mann, wenn du unter mir rumrennst, wenn ich hier rumhacsele. Ich mach's schön, alles ordentlich und du schmeißt einfach alles hin. Ja, ich baue hier mein Haus und Monster-Farm hin. Kannst du nicht ein Haus bauen, hier steht gerade ein Lager? Ja. Nein, hier hinten. Da. Ich bin wo ganz anders. So. An der Seite vom Planeten. Er ist doch ganz woanders, Mann. Ja, Mann. Mensch, ihr zivilisierten Leute. Lebt doch alle wie Einsiedler irgendwo in einer Höhle. Einsiedler, eine kleine Kackel. Ein Nachtbottisch. Ein Nachtbottisch. Ein Nachtbottisch. Ein Nachtbottisch. Ein Nachtbottisch. Ein Nachtbottisch. Ein Nachtbottischlampe. Eine Nachtbottischlampe. Das sieht doch schon mal professionell aus. Das sieht doch schon mal so aus, als wäre es gewollt. Was benutzt ihr das ganze Holz für Häuser? Ei, weil's awesome shit ist. Und awesome shit ist? It's awesome! So. Oh, Mann. Tada. So, was wollte ich jetzt machen? Ach genau, ich weiß es wieder. Ja, 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 auch geil. Ja, 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 geil. Awesome! Geht's. Schön wegle rein. Ah, schien Weg. Toll. 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 Menthol. 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 Ich geh eben heulen. Was, du gehst heulen? Ja, die Fietbrüche sind so schön. Ach so. viel Spaß beim Heulen Nein, ich will aber gar nicht Du musst aber Halt die Klappe Nein, ich mag dich nicht Okay Oh, äh Warum bist du noch Holz? Okay, das sind jetzt mal genug Kommt auf die dunkle Seite, wir haben Kekse Das stimmt auch nicht, die lügen doch Wir liegen alle immer Keiner hat Kekse Keiner hat Kekse Ein Erfahrungspopel, den wir nicht haben Popel Ihr hat Popel gesagt Das ist ein unschernstelliges Wort Die Klappe, man So So Komm her, komm her, Brücke Komm her Komm her, du geile Brücke Geile Sache Oh, yeah Ah, ah Eskelet's quickly Dezent, dezent Und awesome shit ist nicht awesome Doch ist es Und es wird auch immer awesome bleiben Weiß ich Weiß ich Dann weiß ich doch noch die kurze Wozu die auch immer jetzt später da sein wird Warum hab ich das jetzt fortgetan? Na, weiß das schon, ne Weiß das schon Dann wird schon wieder dunkel? Äh Ja Weil ist Logisch Weil Baum Weil 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 awesome shit Ist Awesome Ist extrem awesome Das war mega schlecht Ja Das war mega schlecht Ja Ach man, ich mag's nicht, wenn's dunkel ist Das sehe ich nicht so viel Mensch, Martin, komm ins Bett Oh, cool Äh 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 Ich bin so allein im Bett Ja, ich komme Guck guck Oh, ey, warte, ey, ich muss auch noch Stopp Äh Ich bin so langsam, weil ich nichts zu essen habe Männer, das trägt Ich bin schwer, boah, äh Äh Ja, wo bleibt der denn? Ich brauche Futter, ich kann nicht rennen Bin im Bett Ja, ich habe auch Futter Achso, ich trinke mal was So Liegen im Bett Natürlich Ich bin unter Tage, ich merke das nicht Ja, hauptsache du mitliegst im Bett Ja Aha, wir haben die Nacht Oh, komm mal, was zu essen Die Nachtbahn, sie veranstalt mit einem Freudefeuer Oh, hat die mal was zu essen? Da ist es Ja Da liegt Essen drin in der Truhe und ich verreck hier fast, ey Ich hab doch gesagt, ich hab die Essens-Truhe gemacht Also Die wird gerade mal hier ins Lager umgelegt Das Lager? Ja, du brauchst es mal so Nein, lass sie da draußen, das sieht ganz schön Finde ich Du hast Hunger? Ich geb dir Hunger, ja, super Er hat schön gesagt Ach, Lager, ich brauche Stein für die Schmiede Schmiede Ach, er hat Schmiede gesagt Haha Weil Wie witzig Not Wie unsortiert einfach mein Inventar gerade ist Mega unawesome Das auch Meins ist sehr sortiert Holz ist direkt neben Stein und Stein ist direkt neben Holz Sound Sauber Haben wir noch Glas? Nö Mit der Zeit Habt ihr überhaupt mal Glas? Glas wird überbewertet Richtig Hashtag 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 Was ist so Ist ja schon mal Ganz prickelt hier aus Prickelungs Prickeました das ist so kann man das mal so durchgehen lassen aber ich hier mal mögen dich aber als doof bezeichnen nein nämlich nicht ich war das nicht ich war das nicht wieso machst du sowas ich fand das auch eine frechheit die öfen haben auch gefühle haben sie nicht was kann sie nicht die sind voll frech mann die haben deine mutter beleidigt geht gar nicht geht gar nicht haben sie vollgetan mein gott was gibt ich hier für gestöhne von euch ich will es gar nicht wissen ich weiß nicht das kommt von alleine diese kleinen schulmädchen ein unauffälliges fackelchen aufs dach ganz unauffällig wenn ich noch völlig unauffällige geht es nicht irgendwas soll ich jetzt noch machen noch hier drin doch noch ein bisschen mehr aus hellen 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 fischer nur miss singt sie ist extrem fuckable fuckable ja auch die die rodrigo ganz alles so schön gesagt hat sie ist extrem fuckable 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 es ist mir egal wie die welt endet hauptsache miley cyrus schwingt die ab wie die hoffentlich eh da war noch mal kill kill haben von euch ich ach genau der kap ort warum was machst du da wird eine kleine einsiedler ein einsiedlerkrebs wird das einsiedlerkrebs häuschen andere nur für einen siedler für einen siedler schlecht einfach der hat ein bisschen weh richtig schlechtes niveau aber richtig davon ganz viel wie du gehetzt bei der aufnahme oder ich meine wenn man das single player spielt für sich dann nimmt man sich schon viel zeit und alles aber jetzt sind wir hier irgendwie voll im stress in den 100 folgen den ende tragen zu blätten obwohl jetzt haben wir das ganze mal aufgeteilt einige farm ja die anderen kümmert sich quasi um so ein kleines dörfchen für uns das war auch schon ausgangsbalsam und sind die jungs die das dorf bauen aus sie eigentlich gar keinen stress haben die haben irgendwie tierisch stress es sieht einfach mehr scheiße aus also ich glaube wir sind hier oben die dörfler fraktion team muss echt ein bisschen schläger werden wir machen ja keine stresse also wie gesagt unser lage hat auf jeden fall jetzt ein kleines lagersystem das definitiv wir haben drohen für allen möglichen scheiß so ist gut ich hätte für fettiges futter für rohes futter für steine holz eisenkohle monster loot mal eine kiste gemacht tut gut noch hier monstert werkzeug und waffen habe ich in truhe gemacht als zwar hier das einzige häuschen ist fast fertig ein siedler häuschen heute heute gehen denn der heutung skin schlecht ich weiß es wird aber eigentlich besser so warte mal wie war das ist nicht wann immer für meister ich halte die fresse mann wo war lava ich weiß nicht für lava haben wenn du es nicht hörst ist es meistens wieder gehen mister lava lava oh da ist lava 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 mhm 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 ok 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 ich glaube das eine hier war ein das eine hier war ein suizidhuhn ich renne mit einer schaufel in der hand auf den zaun zu und das huhn kommt mir entgegen du siehst halt so bedrohlich aus mit einer schaufel in der hand ja wisst du was noch bedrohlich ist ich hab katholisch verstanden katholisch ja die Sache ganz anders na aber auf jeden fall das folgenende ist auch noch sehr bedrohlich ja 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 natürlich es ist wiedergekommen ist ohne ich will nicht dann muss ich ja mal ein awesome überleitung ist auswählen ja muss weiter machen also einer die ansage äh absage von euch kommt bam 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 gut wir sehen uns bei der nächsten folge die kommt morgen schon raus am montag die kommt montag schon wieder raus also das habe ich hier für einen krippen dann sehen wir uns bis dann tschüss 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 so auf